Musik Dave, irgendwie ist mir aufgefallen, also kann es sein, dass wir in letzter Zeit nur Englisch und Mathe haben? Ja, stimmt, du hast recht, als hätten wir gar keine anderen Fächer hier in der Schule. Komisch, aber zum Glück haben wir jetzt mal Deutsch. Ach, hallo Kinder, guten Morgen, mir kommt es so vor, als wenn ich noch nie hier gewesen wäre. Ich als eure Deutschlehrerin, seltsam. Ja, das stimmt. Stimmt, wir haben sie ganz lange nicht gesehen. Ja, wirklich. Na gut Kinder, also es wird ja auch langsam wieder Zeit für ein bisschen Rechtschreibunterricht und wir schreiben demnächst auch einen Diktat. Ich störe sehr ungerne, aber ich habe noch mal eine wichtige Mitteilung hier. Oh, Herr Chillich, bitte nicht, bitte mal einen Tag ohne eine Mitteilung von Ihnen. Entschuldigung, was gibt es denn? Also sagen Sie mir bitte nicht, ich werde gekündigt oder sowas, also keine schlechten Nachrichten. Nein, natürlich nicht. Es geht um den Buchstabierwettbewerb und die Vorentscheidung, die findet heute bei uns in der Schule statt und das hatten wir total vergessen. Wirklich, das ist schon heute? Oh Mann, ich habe die Kinder gar nicht darauf vorbereitet. War es ein Buchstabierwettbewerb? Da will ich auf jeden Fall mitmachen. Ein Buchstabierwettbewerb? Ich glaube, das könnte ich auch. Ja, da mache ich mit. Oh, das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Also die vierten Klassen werden da teilnehmen und dann haben wir Pia, Hanna, aus einer anderen Klasse kommt gleich noch ein junger Mann und die Vorentscheidung findet hier heute auf dem Pausenhof statt. Hier, Herr Chillich, ich möchte auch mitmachen. Ich mache mit. Okay, Reggie, von dir hätte ich das als letztes erwartet. Du wirst schon sehen. Ich werde Erster hier bei uns beim Buchstabierwettbewerb. Hallo, Herr Chillich, ich bin jetzt da, aber das ist eigentlich nicht meine Klasse. Sehr gut, damit hätten wir, glaube ich, schon fast alle Teilnehmer. Wir werden auch direkt starten. Dave, du willst, glaube ich, auch noch mitmachen. Genau, okay. Unten ist schon alles aufgebaut. Wir treffen uns unten auf dem Pausenhof. Okay, sehr gut. Ich glaube, die gesamte Schule ist jetzt da. Dann können wir eigentlich mit dem Buchstabierwettbewerb beginnen, oder? Oh Mann, ist das aufregend. Die ganze Schule guckt ja zu. Das wusste ich nicht. Da sind sogar die Erstklässler und Zweitklässler und Drittklässler dabei. Die ganze Schule. Haben die jetzt gerade alle frei, oder wie? Und guckt mal, da wurde sogar eine richtige Bühne aufgebaut. Das finde ich cool. Finde ich auch cool. Ich finde, das ist eine richtig tolle Idee mit dem Buchstabierwettbewerb. Fast so wie bei der Mathe-Olympiade. So, Kinder. Herzlich willkommen hier zum Buchstabierwettbewerb in der Grundschule in Playmobil City. Das ist hier jetzt die Vorentscheidung. Es wird später ein paar Wochen dann auch im Einkaufszentrum einen ganz großen Buchstabierwettbewerb geben. Heute jetzt nur in unserer Schule. Ähm, dann starten wir doch direkt mit der ersten Teilnehmerin. Pia, kommst du bitte auf die Bühne? Äh, also gut, Pia. Dein erstes Wort, was du buchstabieren sollst, ist akustisch. Akustisch? Äh, A-K-U-S-T-I-S-C-H. Ja, richtig? Und das ist korrekt. Super, Pia, du bist eine Runde weiter. Wuh, Pia! Wow, sehr gut. Applaus. Danke, Leute. Glückwunsch, Pia. Das war wirklich ein ziemlich schwieriges Wort. Danke, Hanna. War echt nicht einfach. Und die nächste Kandidatin ist Hanna Vogel. Einmal auf die Bühne. Oh Mann, oh Mann. Von hier oben sieht das noch mehr aus, als wären noch mehr Schüler da. Oh, ich bin aufgeregt. Also gut, Hanna. Dein Wort ist Laptop. Oh Mann, Laptop. Das ist ja schon fast ein englisches Wort. L-A-P-T-O-P. Laptop. Hanna, das ist korrekt. Sehr gut, Hanna. Gut. So, und der nächste ist dann Dave. Dave, einmal bitte nach vorne. Dave, dein Wort ist original. Oh, wie wird das nochmal gestrieben? Ganz ruhig, Dave. O-R-I-G-I-N-A-L. Original. Oh, Dave, das ist leider richtig. Boah, danke. Dave, Dave, Dave. Als nächstes dann Manuel. Dein Wort ist Prozess. Oh, okay. Ich glaube P-R-O-Z-E. Und ich glaube am Ende dann Doppel-S, oder? Äh, bist du dir da sicher, Manuel? Ich sag ja, Prozess. Das ist richtig. Boah, das war sowas von schwer. Danke. So, dann Richie. Du hast das Wort Rhetorik. Was ist das denn für ein Wort? Also, ich sag, boah. Rhetorik. R-E-D-O-R-I-C-K. Ach, Richie, das ist leider sehr falsch gewesen. Was? Aber es ist auch ein schwieriges Wort. Du bist leider ausgeschieden. Richie, tut mir leid, aber du bist raus. Ach, nö. Dabei wollte ich doch Erster werden. Aber was ist das denn überhaupt für ein Wort? Rhetorik. Ach, Mensch. Ach, Richie, mach dir nichts raus. Das war wirklich ein ziemlich schwieriges Wort. Da hätte ich auch ein bisschen überlegen müssen. Oh, und das von der Oberstreberin. Naja, gut, okay. Soll ich Danke sagen? Ich weiß es nicht. Ja, war wirklich ziemlich schwierig. So, dann die nächste Runde. Hanna, du bist dran. Hanna, also dein Wort heißt Portemonnaie. Oh Mann, Portemonnaie. Das ist schwer. P-O-R-T-E-M-O-N-N-A-I-E. Oh, Hanna, das hätte ja schon fast ein Finalwort werden können. Portemonnaie aus dem Französischen. Aber du hast es richtig gemacht. Oh, das war sowas von schwer. Also gut, Pia, dein nächstes Wort ist Pinnwand. Äh, Pinnwand? Äh, P-I-N-W-A-N-D-T. Oh, das übernehme ich. Pia, du bist raus. Das war falsch. Oh Mann, schade. Oh, und so ein einfaches Wort habe ich falsch gemacht? Was war denn überhaupt falsch? Mann. Sag mal, Hanna, wusstest du, wie man das buchstabiert? Hm, Pia, das wird mit Doppel-N geschrieben und nur mit D am Ende. Ach so. Aber Pia, mach dir nichts draus. Du bist ja eine Runde weitergekommen. Und vielleicht bist du beim nächsten Mal dann weiter. Ja, ich muss einfach noch üben. Also, Dave, dein Wort ist Gelatine. Oh, wird das mit... Okay, nee, ich glaube G-E-L-A-T-I-N-E. Gelatine. Das, was in den Gummibärchen, glaube ich, drin ist, oder? Genau, Dave, das war richtig. Wirklich? Super. Und das Wort für dich, Manuel, ist Epidemie. Was? Ach so, das mit der... Ähm, E... B oder? Nee, E-P-I-D-E-M-I-E. Epidemie. Hm, am Ende, I-E, ob das richtig ist? Na, ja, es ist richtig. Oh, jetzt sind wir nur noch zu dritt. Das wird echt spannend. Also, Hanna, hier kommt dein nächstes Wort. Ballett lautet es. Okay, B-A-L-L-E-T-T. Hm, ob das richtig ist? Doppel L und Doppel T? Ja, es ist richtig. Korrekt, Hanna. Oh, klasse. Ich glaube, ich bin im Finale. Also, Dave, dein Wort ist aggressiv. Oh, aggressiv? Oh, das bin ich aber nicht. Gut, okay, ich versuch's. Aggressiv. A-G-G-R-E-S-I-V. Aggressiv. Oh, Dave, Dave, das hab ich gehört. Das war leider falsch. Du bist raus. Oh, nein, ich wusste... War es mit Doppel-S? Oh, nein, wie konnte ich das... Ja, Dave, es war mit Doppel-S. Oh, nein, ach, Mann. Hanna, Hanna, bitte gewinn das Ding, bitte. Ich will den Preis für unsere Klasse holen. So, Manuel, dein Wort ist endgültig. Okay, äh... E-N-D-G-Ü-L-T-I-G. Endgültig. Hm, ob es das jetzt für dich endgültig gewesen ist? Nein, das war richtig, Manuel. Hey, Glückwunsch, damit sind wir im Finale. So, Leute, dann wären wir jetzt im Finale. Und wer heute gewinnt, der darf dann für unsere Schule bald ins Einkaufszentrum und bei Buchstabilwettbewerb mitmachen. Also gut, dann kommen wir jetzt zu den letzten Wörtern. Manuel, dein Wort ist aufwendig. Oh, mit dem Wort habe ich sowieso immer Probleme. Äh, ich glaube... A-U-F-W-Ä-N-D-I-G. Oh, Manuel, bist du dir da sicher? Ja, also ich sage nicht E, sondern Ä. Oh, Manuel, tut mir leid, aber du bist raus. Was? Wirklich? Och, nein, ich wusste es. Aber das Wort, das fällt mir sowieso immer voll schwer. Hanna, Hanna, er hat es falsch. Du kannst es nicht schaffen. Du kannst heute als Erste hier weggehen. Och, Dave, sag doch sowas nicht. Du machst mich noch nervöser. Hanna Vogel, bist du bereit? Dein Wort ist brillant. Aber ich warne dich mal vor, es hat seine Tücken, das Wort. Okay, brillant. B-R-I-L-L-A-N-T. Oh, und damit haben wir eine... Gewinnerin! Was? Ich habe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Hanna. Ja, du bist die Ligerin von Playmobil City. Oh, ich freue mich so. Also, nochmals herzlichen Glückwunsch. Na ja, Playmobil City ist noch nicht ganz die Grundschule und bald dann vielleicht in ganz Playmobil City. Du darfst unsere Grundschule vertreten dann. Echt? Ich hätte niemals geglaubt, dass ich den Buchstabierwettbewerb gewinnen kann. Klasse! Klasse! Bis zum nächsten Mal.